Aachen! Brems! Brems! Das ist doch Hero Grime! Was? Was war das? Ist das ein Hero Grime? Ja, was sind wir jetzt? Man ist ja voll komplett... Ich weiß, was ihr seid! So ein Schnee... So, jetzt gehen wir zum Eistar! Erst fressen wir! Ja, ist klar! Oh, das kann man ja nicht essen! Wir haben fast kein Futter mehr! Dann... Okay, halt ein paar Schmeine! Na toll! Es schneit hier! Und hier regnet! Das ist so normal so! Also, jetzt kommt! Guck, jetzt ist es regnet und schneit! Nein, jetzt kommt! Ich muss jetzt partieren! Nein! Nein, da! Wo musst du... Da ist ein Schneemann, okay! Wir sind... Wir haben da schon einen Schneemann! Ja und? Geh da geradeaus! Die bewegen sich wirklich! Geh doch geradeaus! Ja, wo? Geh einfach da geradeaus! Mal weiter rein! Da sind bestimmt Dings! Lugia! Ja, aber wir müssen auch ziehen! Das ist ein Eis-Pokémon! Man geht nicht! Hallo! Wir brauchen Essen! Ich habe ganz viel Angst! Ich nicht! Aber wir brauchen Futter! Da! Ein Dorf! Oha! Sollen wir das als Haus benutzen? Was ist das? Kill! Was blöd? Wir sind jetzt! Gegen was habt ihr gerade gekämpft? Gegen irgend so einen Arsch! F5! F5! Mann, ich bin doch kein Schneemann! Doch mal F5! Alter Junge! Chill! Wie das bleibt! Mach mal! Hallo! Warte doch! Warte doch! F5! Renn! 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 Das ist doch Hero Grime! Was? Was war das? Ist das ein Hero Grime? Was war das? Ja, was sind wir jetzt? Han ist ja voll kompliziert! Ich weiß, was ihr seid! F5! Nur ein Schneeding! Warte! Ich ändere meine Figur! Äh! Alter, geh doch weg! Mit eurer scheiß Hand! Bliss! Oh! Und du? Bist mit einem Lesbe in die Hand mit deiner scheiß Hand gekommen? Wie nicht? Minuspunkte! Wie gerade nicht? Ja, aber nicht so ab wie du! Oh! Oh! Echt! Jetzt müssen wir Platzieren und kriegen mal wie kein Futter haben! Was? Wie kommen wir das momentan? Ach Fleisch! Was ist das? F5! Bliss! Bliss! Blitz hier Süßen! Toh! Schlaf mal mit auf jemandem drauf! Schlaf doch! Echt? Geh doch! Was? Was ist das Alter? Also egal jetzt! Gehst du im Eisgebiet? Nein, wir müssen erst hier... Nein, da haben wir doch ein Tier gefunden! Ein Pokémon! Ein Pokémon, aber kein essbar... Ding! Natürlich, wir haben Essen bekommen! Ja wo? Na da? Ist das ein Pokémon? Ein Pokémon! Das ist ein Schweine! Wo? Willst du das brauchen? Da auf die Seite! Geh! Auf die Seite! Ja da hinten! War ein Schweine! Wer interessiert? Wen Futter? Kann man das essen? Geh mal weg in deinem Kopf oder willst du dich zeigen? Ja überall Schafe! Toll! Und Creeper und Spinnen! War kein... Vielleicht mal ein neues Pokémon! Wie wärs mit Glorox? Oder? Wie heißt der? Nein! Boah, die sind scharf! Wie heißt der? Dieser Penner da? Hm? Dieser Penner-Pokémon! O-B... O-Lex oder was? Nein! Der, wo pennt immer! Der Fetzer! Ja! Oh! Okay! Scherz! Ich mein' mal definitiv! Ich... Scherz! Was? In dein Ernst jetzt? Kein Plan! Hallo! Das sind gar keine... Das ist ein Hut! Der Typ hat unter eurem Hut! Lass dich runterfallen! Warum fliegst du so immer runter? Nein! Jetzt wo? Köl... Köljen! 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 Den doch nicht! Doch! Weil... Du verrückst! Verrückst! Wir müssen nie wieder sehen den Hut! Du weißt, der Hut ist besser! Ja, Köljen! Jetzt einfach schnell den Zombie! Ja, aber... Für ich! Der Zombie verfolgt mich auch! Äh... Ja, egal! Draufschlagen! Los! Wieso nicht mit dem Blitzchen? Ja, jetzt schlafen wir den Blitzerfass! Ja, jetzt schlafen wir den Blitzerfass! Auch nicht! Doch! Schlafen wir den drauf! Nein! Ach, die schlagen! Warum lass dich nicht einfach runterfahren? Rechtsklick! Nein! Nicht cool! Das hält du auch noch? Mhm! Wartet! Ich finde das Schneegebiet! Das geht noch nicht kurz! Das war einfach die... In diesem Weg, oder? Du kannst... Du hast eine Karte! Achso, ja! Hier ist Schnee! Sorry! Also... Ja, warum? Was? Es ist ein Scheiß! Blitzt es hier die ganze Zeit! Blitzt! Hast du einfach! Achtlos! So! Ja, toll! Wo sind die? Das ist nicht richtig! Das ist alles, wie ich glaube! Ey, das ist das Richtige? Nein! Ähm... Am Anfang mal dann nämlich überall... Ja, das ist falsch! Wartet mal! Unsere Karte! Ach, das ist es! Nee! HD! Okay, ich hab das nicht! Nein! Wir brauchen deine Hilfe! Wir brauchen deine Hilfe! Blöder! Deine Profis! Ne! Wir... Ja, wir sind einfach klug! Ja, einfach Dings! Rezepte kommen! Einfach Cheater! Ja, Cheater! Cheater ist am besten! Cheater ist am besten! Jetzt komm! Junge! Oh... Oh... Willst du? Wie ist das toll? Wo sie da stehen? Huh?! Und jetzt ist es so schwer! Oh, ach! Oh, ach! Also! Wo ist der Scheißweg? In der Innen. Oder feierlich? Also wir fangen an auf. Haben hier Futter-Immo. Mal was zu essen! Oh, der Drop, der verschwindet! Versch... Verschwindet der Drop? Ja, ach ne! Lass auf mich, du Christa. Es ist weiter weg. Okay, dann haben wir geschissen. Geh doch mal auf den Boden. Woher kennst du nicht so ein kleines Ding? Soll ich mal runterfliegen? Nicht runterfliegen. Komm mal, wir wissen nicht, wo der Drop ist. War das hier? Bei uns waren Skelette. Und ein Skelett. Zwei. Und ein Zombie. Drei Skelett. Zwei. Mann, wir haben voll geschissen. Du hast geschissen. Also Kuh, bevor du stirbst. Ab hier an der Ecke war es nett. Voll beschissen, Alter. Du hast uns beschissen. Na, verdammt nochmal. Wie? Du bist voll versaut. Ich weiß, er ist richtig verlaut. Das Enderman, 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 Enderman. Nein. Der hatte Mut, oder? Oh nein. Oh nein. Das sind zwei Skelette. Wo? Da ist der eine und der andere ist irgendwann. Die waren aber aufeinander. Na und, die bewegen sich doch. Doch. Ja, trotzdem. Wir haben richtige Schüsse. Wir bekommen den Hund nicht mehr. Wo war das?